Hallo und herzlich willkommen hier an der Bar von Feingeist in Mömbres. Mein Name ist David Grahn, ich bin Mixologe und Blogger und ich mixe heute gemeinsam mit euch einen Continental Sour. Beim Continental Sour handelt es sich um eine Variation eines klassischen Whisky Sour. Allerdings wird hier der wunderbare Cocktail nochmal mit Portwein aufgegossen. Die Zutaten sind denkbar einfach. Für einen klassischen Whisky Sour brauchen wir einen Bourbon. Ich habe mich hier für Woodford Reserve entschieden. Außerdem ein bisschen Rohrzuckersirup und frischen Zitronensaft. Und für den Continental Sour Touch gibt es dann noch etwas Portwein obendrauf. Da könnt ihr entweder einen Ruby Port oder einen Tawny Port nehmen. Als erstes benötigt ihr ein Shakerglas mit Eiswürfeln und dort gebt ihr 50ml des Woodford Reserve Bourbon hinzu. Darauf kommen 20ml Rohrzuckersirup und 20ml frisch gepresster Zitronensaft. Anschließend wird das Ganze kräftig geshakt. In einem Tumbler auf Eis abseihen. Und mit Portwein floaten. Als Garnitur kommt noch eine getrocknete Limettenscheibe auf den Drink. Und so super einfach mixt ihr euch einen Continental Sour mit Woodford Reserve Bourbon. Den Bourbon gibt es übrigens natürlich auch hier bei Feingeist in Mömbres oder aber auch im Online-Shop. Ich wünsche euch jetzt ganz ganz viel Spaß beim Nachmixen dieses leckeren Drinks. Sage Cheers und bis zum nächsten Mal.